Hi und willkommen zum Praxistest der Nursery Pink. Dies ist eine Windel der Firma Little for Big. Ein nicht ganz unbekannter Hersteller, zu dem ich vor einiger Zeit bereits ein anderes Produkt namens Little Trunks ausprobiert habe. Die Abonnenten meines Kanals werden sich sicher erinnern, wie mein Ergebnis damals ausgefallen ist. Wird die pinke Windel das besser machen? In der auffälligen Verpackung steckt eine weiße Windel, die mit rosa Motiven bedruckt ist. Man sieht sofort die Seiten, die in einem deckenden Pink bedruckt sind. Das Außenmaterial ist aus Folie, einer angenehm weichen Folie. Vorne hat sie eine Klebefläche, sie ist mit etwas dickerer Folie beklebt, damit sie wieder verschließbar ist. Wie die verschiedenen Klebearten funktionieren, habe ich schon mal in einem eigenen Video ausführlich gezeigt. Hier sind wir bei Mehrweg aus Plastik. Im Inneren hat sie den üblichen Auslaufschutz, der etwas höher ist, als man es von vielen medizinischen Windeln her gewohnt ist. Für ABDL Windeln ist das nichts Außergewöhnliches, bisher ist mir noch keine untergekommen, bei der das nicht so war. Nun werde ich die Windel einmal anlegen, um zu schauen, wie das funktioniert und ob sie sich beim Tragen bequem anfühlt. Falls euch Tests und andere Videos rund um Windeln gefallen, könnt ihr übrigens gerne meinen Kanal abonnieren. Das Abo kostet nichts und ihr werdet von YouTube dann informiert, wenn es neue Inhalte von mir gibt. Da die Nursery Pink recht weich ist, kann man sie ohne Probleme anlegen. Sie kommt nicht so steif aus der Packung, wie Better DRY oder die Krinkels beispielsweise. Das ist angenehm. Die Kleber sind guter Standard, sie lassen sich leicht lösen und festkleben. Lösen aber nur, wenn es gewollt ist. Wenn man sie festklebt, halten sie die Windel gut und lösen sich nicht selbstständig. Von der Dicke her ist sie für die Verhältnisse von ABDL-Windeln eher dünn. Die Saugleistung habe ich in der Praxis ausprobiert, gut angelegt ist es in den meisten Fällen kein Problem, wenn die Windel geflutet wird. Aber man merkt, dass es nicht die dickste ist. Denn schon nach zweimal reinmachen war sie spürbar voll und die Flüssigkeit bewegt sich recht schnell nach hinten an den Po. Das Gewicht bestätigt dies, mit 183 Gramm ist es eine der leichtesten leeren Windeln, die ich bisher im Test hatte. Als sie anfing, mit den ersten Tropfen auszulaufen, hatte sie ein Gesamtgewicht von knapp über 1,4 Kilogramm. Im Vergleich mit anderen Windeln kein überragendes Ergebnis, die besten überschreiten die 2-Kilo-Marke. Ich habe beim Erstellen des Videos keinen Shop gefunden, der sie noch liefern kann, anscheinend wurde sie inzwischen aus dem Programm genommen oder zumindest die Produktion pausiert, wie es andere Hersteller teilweise auch tun. Meine Packung hatte ich Ende Dezember 2022 für 29,51 Euro gekauft, das macht bei einer 10er Packung 2,95 Euro je Windel. Im Verhältnis zur Saubleistung ist das ziemlich teuer. Am größten ist die Differenz zur Krinkelz, von denen würde man etwa 2 Stück für das Geld bekommen, was bei den Nursery Pink eine einzelne Windel kostet. Einziger Unterschied sind die Motive und die Kleber, Krinkelz verwendet Einwegkleber, die natürlich ein wenig günstiger sind, als die wiederverschließbaren. Aber selbst wenn man darauf Wert legt, gibt es eine ganze Reihe an Alternativen, die alle entweder günstiger sind oder zu einem vergleichbaren Preis eine wesentlich höhere Saugleistung bieten. In beiden Fällen bekommt man vom Preis-Leistungs-Verhältnis wesentlich mehr für sein Geld. Kritter Caboose, mehrere von Reas, Abu Little Paws, um mal nur ein paar Beispiele zu nennen. Wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum die Nursery Pink aus dem Programm genommen wurde. Meine Ende 2022 bestellte Packung wurde Anfang 2021 produziert, sie lag also etwa 1,5 Jahre lang auf Lager, bevor sie verkauft wurde. Sie ist sehr ähnlich zur anderen Little for Big, die ich in meinem Test hatte, wahrscheinlich ist es sogar die gleiche Windel, nur mit anderen Farben und Motiven bedruckt. Mein Fazit zur Little for Big bleibt daher unverändert, diese Windel ist von der Saugleistung hier unterdurchschnittlich mit meinen bisher getesteten und für das Gebotene viel zu teuer. Alles außer der Saugleistung ist guter Durchschnitt, das haben viele andere halt auch, können aber deutlich mehr aushalten. Der einzige Grund für den Kauf wären daher die Motive, wenn man sie so schön findet, dass man dafür den Mehrpreis bereit ist auszugeben. Selbst wenn man das ist, wird es wegen der Verfügbarkeit schwierig. Ich rate daher ab und empfehle euch, dass ihr euch auf meinem Kanal umschaut, ich habe schon einige bunt bedruckte ABDL-Windeln getestet. Sowohl pinke, als auch in anderen Farben. Selbst wenn ihr euch also wegen der Farbe für diese Windel interessiert, gibt es einige Alternativen, die sich mehr lohnen können. Selbst Krinkelz hat ja mittlerweile eine pinke Windel herausgebracht, aber auch andere Hersteller decken diesen Farbbereich ab. Nachdem ihr nun mein Testergebnis kennt, bin ich auf eure Meinung gespannt, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr zu dieser Windel denkt. Auch wenn euch die Windel nicht gefallen hat, aber ihr mein Video gut fandet, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Falls dir pinke Windeln gar nicht gefallen, kannst du auch auf Daumen runterdrücken. Ich hoffe, dass ihr eine Windel findet, die euch gefällt und sehe euch im nächsten Video, macht es gut bis dahin.